Ja, moin meine Hübschen, schön, dass ihr euch einstellt hier mal wieder zu einem kleinen News-Video. Denn es hat sich ein bisschen was getan, von meiner Seite waren die letzten Tage ein bisschen ruhig. Liegt einfach daran, dass ich beruflich wieder viel zu tun hatte. Hoffentlich bessert sich das die Tage. Auf jeden Fall gibt es bei Diablo wieder ein bisschen was Neues zu berichten und da wollte ich euch jetzt hier mal wieder updaten. Denn es gab eine fettige, fettige, ja, wie lange die Haare nicht wächst, hast du eine fettige Ankündigung. Es gab eine fette Ankündigung von Blizzard himself und zwar in Richtung BlizzCon dieses Jahr. Die BlizzCon ist ja das fette Event von Blizzard selber in Anaheim drüben, also Heim über den Ozean. Und da ist halt alles, was von Blizzard irgendwie kreiert wird, alles was da kommt an fetten Patches, an Updates, an Add-ons, an neuen Spielen. Und das wird halt da nochmal irgendwie fett geboostet, das wird da nochmal fett angekündigt. Und es wurde jetzt geteasert, wie es denn mit Diablo aussieht. Wird was von Diablo kommen, werden wir uns dieses Jahr freuen können. Und ja, leider muss ich sagen, nein. Es kommt in Sachen Diablo gar nichts, das finde ich sehr, sehr schade. Ich blende mal ganz kurz was ein, das ist das hier. So, da haben wir es. Und zwar geht es hier um Diablo und die BlizzCon 2017, also dieses Jahr. Wie gesagt, letztes Jahr wurde der Necromancer so ein bisschen angeteasert. Man hat ihn so ein bisschen vorgestellt, mehr oder weniger. Und alle haben gedacht, jetzt kommt endlich der Druide raus. Ein Jahr ist vergangen seitdem, oder gut ein Jahr. Und da wird doch jetzt wohl langsam wieder was Neues kommen. Denn es gibt zwar keine offiziellen Verkaufszahlen, aber der Necromancer bzw. das Necromancer-Pack hat sich meiner Meinung nach sehr, sehr gut verkauft. Also irgendwie sieht man jeden damit spielen. Und es wird wohl den einen oder anderen auch für einige Wochen wieder zurückgeholt haben ins Diablo-Universum. Aber leider Gottes hat sich BlizzCon gedacht, nein, wir hauen jetzt noch nichts raus. Da wird jetzt nichts kommen, speziell dieses Jahr nichts mehr. Und das finde ich persönlich sehr, sehr schade. Der Necro, ach, der Necro, der Druide wäre was Geiles gewesen. Denn Blizzard hat so in diese Richtung was springen lassen. Da gab es so ein paar Hints. Und zwar in eine Item-Beschreibung und sowas. Werde da wahrscheinlich auch auf YouTube finden. Ich mache da jetzt kein Video drüber, weil für ein, zwei Items da oder für ein, zwei Sätze ein Video drüber zu machen. Naja, ist für mich ein bisschen Clickbait. Mach ich nicht. Aber wie gesagt, wenn was kommen wird für Diablo, ist es meiner Meinung nach der Druide. Wäre die nächste meistgefragteste Klasse, neben den Necro. Und, äh, ja, ich bin mal gespannt. Aber wie gesagt, dieses Jahr gibt es nichts. Man sieht es hier, ähm, ne, für Diablo wird dieses Jahr nichts da sein. Man braucht sich auf nichts freuen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich ein paar Gimmicks für die, die sich das Blizzard, äh, das Blizzard, BlizzCon-Ticket kaufen. Das virtuelle kann man sich ja kaufen für, ich glaube, 30 Dollar oder 30 Euro kostet das Ding. Äh, kann man halt die BlizzCon virtuell vom Monitor verfolgen, ne, was da so angekündigt wird. Es gibt ja neben Diablo noch einige andere Games, die wahrscheinlich ein nettes Update bekommen werden. Ich denke mal an Overwatch oder in diese Richtung, da wird wohl was, äh, Nettes kommen. Aber sei's drum. Ne, wie gesagt, also wer sich das Ticket kaufen wird, es ist noch nichts bekannt gegeben, was es dafür geben wird. Aber ich habe was gefunden im Netz, das mache ich ganz kurz weg. Und zwar ein neues Pad. Äh, finde ich sehr, sehr cool. Das ist halt, warte mal, ich habe da auch noch ein Bild gehabt. Ich suche das mal ganz kurz raus. Da. Da sieht man es etwas besser. Äh, äh, Bild. Da. Ja, finde ich sehr cool. Das ist halt ein Pad. Äh, kann man auf Reddit nachgucken. Da hat wohl ein russischer Spieler das irgendwie bekommen auf dem PTR. Ich weiß nicht wie, keine Ahnung. Gab's keine, ähm, ja, da gab's nichts drüber zu erfahren. Aber es sieht sehr, sehr nice aus. Sehr, sehr süß, finde ich, das Ding. Man sieht ja auch dieses kleine BlizzCon-Ticket hält er in der Hand, ne. Äh, haben alle Pads aus der Vergangenheit gehabt, äh, von dem virtuellen, äh, Ticket. Was gab's denn? Die Goblin gab's, glaube ich. Und, ähm, was war's noch? Ich konnte reingucken, wie hat's die Fahne jetzt für. Also, lass mal das. Und, äh, das ist halt so ein kleines Gimmick. Wird natürlich auch wieder was für Overwatch geben. Also, für alle Spiele irgendwo, die ganzen, aus dem, äh, Diablo, aus dem Blizzard-Universum wird's dann wieder ein paar Goodies geben. Und, das ist jetzt interessant gewesen. Für uns wird natürlich auch wieder eine Fahne geben. Und, ja, da gibt's auch noch nichts. Da werde ich euch aber dann auf jeden Fall up-to-date halten, wenn's so was Neues gibt. Aber, auch in Sachen Diablo geht's weiter. Und zwar gibt es da etwas Nettes. Äh, ist mir vorgestern ins Auge gefallen. Und zwar, Blizzard hat wieder eine Stelle ausgeschrieben. Und zwar Production Director, äh, für ein unangekündigtes, unangekündigtes Projekt. Ne? Aber hier so ein bisschen Diablo-like, ne? Ähm, ja, also. Blizzard hat ja in der Vergangenheit 16 oder 17 Stellenangebote ausgeschrieben. Ähm, für ein unangekündigtes Projekt. Klammern Diablo, ne? Ähm, aus dem Diablo-Universum wurde, glaube ich, geschrieben. Und jetzt wird das Ganze ein bisschen präziser. Denn in dieser Stellenanzeige ist es so, dass Blizzard Leute sucht für, äh, IP-basierte Sachen. Ne? Das heißt, sie suchen hier, ähm, auch jemanden, der Erfahrung hat in einem MMO. Oder mit einem MMO. Warte mal, wo ist es? Ich scroll mal ganz kurz runter. Ähm, das ist mir nämlich direkt ins Auge gestochen. Wo war es denn? Hier, genau. Massive Multiplayer Game Development Experience. Also, MMO-Erfahrung sollte der Gute mitbringen, äh, der sich auf die Stelle bewirbt. Ähm, ansonsten, ja, Strong Knowledge of the Software Game Marketing Plattform. Das übliche, äh, ja, Interesse oder eine, eine Passion, eine Passion. Für, äh, die Entwicklung von Online-Videospielen. Seht ihr hier. Und was aber wichtig ist, meiner Meinung nach, ist der letzte Satz hier. Carvaleting, telling us why you are interested in working at Blizzard. And speziell Diablo. Nicht Diablo 3, sondern Diablo. Also, da geht's wohl in eine Richtung, dass man sagen kann, yo, für Diablo wird's nicht weiter oder man steckt nicht mehr so viel Arbeit, so viel Mühe vielleicht in Diablo 3 rein. Da werden natürlich noch Updates kommen und Patches. Das nächste große Patch, äh, der nächste große Patch kommt ja die Tage, ne. Patch 2.6. Punkt, schieß mich tot, Musik zu laut wahrscheinlich, ne, mach dich mal leiser. Ähm, kommt auch, ne, gibt's ja fettes, äh, Balancing der ganzen Klasse nochmal, äh, einige Klassen wurden wieder extrem gebufft, andere wurden wieder extrem genervt. Dann wurden sie wieder gebufft, um sie dann wieder zu nerfen. Klammern Wirbelwind, Baba, ohne Witz. Gebufft, Bäm, er rockt, 100er Griff, genervt. Oh, äh, jetzt geht noch artiger. Wieder gebufft, Bäm, oh, wieder 100. Oh, nein, nerf mal wieder. Weißt du, so hin und her, äh, sehr witzig. Guckt euch mal die Patch-Notes dazu an. Ich hatte gestern einen minimalen Lachflash in Form von etwas hektischen Ausatmen der Luft aus meiner Nase. So, ja, das war's dann aber auch schon. Ähm, ja. Also, aber wie gesagt, also, es deutet alles darauf hin, dass im Diablo-Universum hier, äh, in Sachen Diablo 4, oder wie das dann auch heißen wird, in Richtung MMO gehen wird. Die einen fragen sich, oh mein Gott, wird es denn wirklich jetzt hier ein Handy-Game? Ne, denn Handy-Game ist, äh, auf dem asiatischen Markt ein extremes, äh, ja, hat einfach einen extremen, einen extremen Hype. Handy-Games sind da richtig krass, ne, in Deutschland, äh, okay. Ich glaub, eher die jüngere Generation ist da so geeignet für Leute in meinem Alter hier so, weißt du, so knapp an je 30 Grad sind. Die werden dafür nicht mehr so schnell begeistert, äh, sein oder dafür, ja, werden sich ja nicht mehr so fangen lassen. Aber ich bin gespannt. Also, ich geh nicht davon aus, dass es ein Mobile-Game sein wird, sondern ich denke halt wirklich, dass es in dem Fall ein PC- oder sogar Konsolenspiel, äh, werden wird. Das kann ich mir sogar, oder das würde ich mir sogar, äh, vorstellen können. Und dann vielleicht sogar eine Cross-Plattform-Version. Das heißt, dass man PC, Xbox, Playstation, alles kombiniert spielen kann. Hat ja hier, äh, Albion Online super vorgemacht. Das kann man über Handy, äh, und, äh, PC spielen. Ist ja eine Konsole mittlerweile dabei, ich weiß es gar nicht. Ist ja egal. Ähm, auf jeden Fall. In diese Richtung wird es wohl meiner Meinung nach gehen. Aber seid nicht, äh, traurig drüber, dass dieses Jahr da nichts mehr Großes kommen wird. Denn es gibt ja auch hier wieder ein paar nette Überraschungen in Sachen Konkurrenz. Ne, da hat sich auch ein bisschen was getan. Ich, äh, will nur mal Guardians of X, äh, Guardians of Ember da so ein bisschen, äh, erwähnen. Die sind jetzt komplett auf Deutsch und auch wurde, äh, das Spiel jetzt released offiziell. Also es ist jetzt Final draußen. Da hat sich einiges getan. Werden wir auch noch mal reingucken. Und auch Path of Exile. Ne, der große Diablo-Konkurrent, wo echt viele, viele Spieler hingewandert sind. Der hat auch noch mal fetten Boost bekommen. Und zwar kommt da in ein, zwei Wochen jetzt die komplette deutsche Übersetzung raus. Das heißt, das Spiel wird es dann offiziell in Deutsch geben. Und, äh, jetzt letztens kamen erst ein paar Akte dazu. Äh, fettes Update. Ähm, also die Entwickler sind ja da, ja, richtig fett an der Seite. Und da muss man einfach sagen, Blizzard, guckt euch da mal was ab, ne? Guckt mal, wie das, wie die Jungs das da machen. Nehmt euch vielleicht so, 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 so das kleine Büchlein raus, Notiz-Heft, weißt du? Schreibt euch das auf und, ähm, da seht ihr einfach, wie man es richtig macht. Ganz ehrlich. Also, ähm, da kommt viel. Da werden die Spiele auch bei Laune gehalten. Muss man einfach mal so knallhart sagen. Ansonsten, äh, Wolcen, Lord of Mayhem kommt auch oder ist gerade draußen. Die Entwickler sind auch richtig krass dabei, ähm, Patches auf dem Markt zu hauen. Da gibt's ja in den letzten Wochen immer regelmäßig Updates mit ein, zwei Gigabyte größer. Also, da kommt regelmäßig Content rein. Auch da lohnt sich auf jeden Fall ein Blick. Und, ja, dann sehen wir uns demnächst wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Und einen sonnigen Sonntag. Ciao, Leute! Warte, 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 jetzt die Überleitung. Ach, nee, warte, Überleitung. Wie nennt man das? Ein Abklatsch? Keine Ahnung. Warte, 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 warte.